hallo meine freunde und herzlich willkommen auf unserer verschneiten insel isla matanzeros wo wir beim letzten mal mit dem bau von unserer arctic jurassic world begonnen haben und den eingangsbereich gebaut haben sowie das erste gehege und seine ersten bewohner diese haben auch ganz tolle namen von euch bekommen schon mal vielen vielen lieben dank dafür und ich muss mich auch noch mal persönlich bei euch bedanken denn das projekt ist mega bei euch angekommen ihr habt mega viel geliked mega viele kommentare geschrieben vielen vielen dank und jetzt geht es weiter mit folge 2 muss auch sagen dass hier mit dem gehege echt cool weil die kommen echt nah an den zaun wenn die hier trinken da könnte man wenn man hier durch den zaun greift die eigentlich schon fast streicheln der zaun ist aber doch noch relativ hoch wenn ihr das mit den menschen vergleicht aber ich mir ein bisschen niedriger vorgestellt aber das macht rein gar nichts ist trotzdem cool dadurch haben die besucher auf jeden fall das feeling dass die näher dran sind als wenn da so ein richtig großer fetter zaun davor steht und ich meine die dodos sind jetzt auch nicht so gefährlich noch sind ja ganz süß aus wobei wenn die mit ihrem schnabel zu schnappen wer weiß wer weiß okay wir haben ja beim letzten mal zwei abzweigungen quasi noch gebaut eine hierhin und eine hierhin diese ich habe ich erstmal vorläufig reserviert zum dinosaurier ausbrüten das heißt wir werden erstmal diese richtung weiter bauen das wird allerdings relativ schwierig werden weil ich habe ein problem mit dieser karte durch den schnee dass ich die begrenzung vom park so gut wie gar nicht erkennen kann gerade wenn ich so raus zu mir das ist echt mega schwer sieht man nur wenn man hier so wirklich am rand entlang geht mit dem tool ich habe halt das problem so ein bisschen dass ich deswegen sehr sehr schlecht voraus planen kann weil ich halt nicht weiß bis wo nicht bauen kann wo noch freie flächen sind weil hier ist zum beispiel ein stück was natürlich sehr sehr ärgerlich ist wenn man das hier alles verschenkt ich bin auch am überlegen ob wir hier noch was hinbauen aber an sich ist es jetzt auch nicht schlimm wenn wir dann einfach mal ein waldstück haben und dann den platz nicht ideal nutzen was mir am wichtigsten ist auf dieser karte weil hier gibt es ein paar highlights das sind diese großen berge die gehören auch nicht zum parkterrain also die sind hier wirklich ausgegrenzt aber die kann man wunderschön einbauen zum beispiel wenn man hier ein gehege drum herum baut dann hat man im gehege und richtig schön großen steilen berg mit steilen klippen das ist ja etwas was man so sonst leider nicht bauen kann ich echt schade das wäre richtig cool wenn man das auch selber machen könnte aber davon haben wir zwei stück ohne müsste auch noch immer hier ist noch einer ich glaube der ist aber ist er auch im park man kann es halt echt schwer einschätzen ne okay ich glaube der ist außerhalb des parks ja der ist außerhalb des parks aber das ist natürlich auch nice aus na da werden wir wahrscheinlich den platz nicht mehr nutzen können weil hier vorne wenn wir nichts mehr hinbauen also haben wir hier diesen ein berg den wir dann auch noch cool nutzen können für gehege entweder bauen wir dann gehege drumherum oder wir bauen das gehege direkt daran dass man das ding dann im hintergrund sieht das wäre auch ziemlich cool aber ich habe ja vorhin gesagt ich werde wahrscheinlich den platz hier oben noch nutzen ich habe auch eine idee was wir dahin machen könnten könnte sogar hier vom weg hin kommen aber dafür müssen wir jetzt erstmal einiges an wald entfernen ansonsten sehe ich hier halt nicht wo ich bauen kann und wo nicht und dann das land einmal hier ein bisschen anheben und auf die hohe höhe da beim rand weil ich brauche hier auf jeden fall eine erhöhung ich habe hier etwas vor das halt perfekt auch so erhöhungen funktioniert habe ich glaube ich schon immer im aquapark damals relativ viel verwendet nicht auch mega cool nämlich könnten wir hier so einen kleinen ausguck noch mal machen wir müssen allerdings gucken dass wir nicht zu viel soweit zerstören sonst sieht das hier nachher doof aus aber diese türme die sind natürlich perfekt dafür geeignet man da auf das gehege schauen kann das wird ziemlich cool weil das auch schwierig wird mit den ganzen bäumen aber wir schauen gleich mal vielleicht kriegen wir da so eine kleine lücke hin dass man dadurch schauen kann oder so okay der turm steht so weit jetzt können wir natürlich hier wieder schön mit den wegen drumherum arbeiten der hauptweg war dieses graue na ja genau okay dann werden wir nämlich hier das grau nicht verwenden bei dem gebäude wenn wir erstmal mit dem weiß anfangen ich werde auf jeden fall darauf achten viel mit verschiedenen wegfarben zu arbeiten wir haben ja schon sehr sehr wenig eko möglichkeiten da müssen wir natürlich alles nutzen was wir machen können und ich glaube wir haben wirklich sehr schöne wege in diesem park erstmal drumherum bauen das ist natürlich immer so ein bisschen ekelig aber das geht auch ein bisschen übung so ist okay weil hier ist ja noch so eine ganz kleine lücke zwischen weg und gebäude ich versuche halt dass das so gut wie möglich gerade aussieht müssen wir eben tricksen das ist schon besser wenn ich hier schon mal den grundriss das ist schon mal sehr cool hier wird nachher der weg andocken mache ich das dann glaube ich so schräg an sich das dann hier gerade ich mache es aber auch so schräg aber ein bisschen anders hier wird dann der graue weg andocken der stelle haben wir hier schon mal weiß und jetzt werde ich glaube ich noch mal so ein holz akzent setzen das ist eigentlich schon ganz cool so gefällt mir dann nicht so viel holz nur so ein kleiner akzent und nicht schlecht mir das hier genauso hin das bisschen größer na warte mal oder bilde ich mir das ein ich ändere das doch noch mal hier so ein bisschen ab ich glaube ich mache das so ist die fläche nicht ganz so groß und sieht ein bisschen interessanter aus müssen wir noch diesen weg hier vernünftig hoch bringen hoffe das wird hier nachher nicht zu steil werden könnte ich mir nämlich vorstellen das ist glaube ich schon ein relativ großer höhenunterschied noch einen weg der muss kurz weg müssen wir mit so einer schönen eleganten kurve am besten da hoch jetzt hier einen schönen übergang aber der ist ganz gut ist nur gerade sehr hoge licht und vielleicht könnten wir hier auch noch mal das mit weiß vielleicht ich denke mal ich mache da dann dieses grau noch mal ein stückchen größer ist ob sie hat da schon direkt ein gast gespawnt wie praktisch sowieso immer mega komisch in jurassic world evolution wenn man gebäude baut dass die leute da raus spawnen jetzt bist du verwirrt jetzt weißt du nicht mehr wohin der weg ist weg der rumirrt erst mal wieder ne er ist echt verwirrt lol durch ja noch nie gesehen er läuft halt verwirrt jetzt im kreis der mann okay damit bin ich zufrieden mit ströme auch die besucher in meinen park das sieht doch schon gut aus kann sein dass die kurve gleich noch mal ein überarbeitet aber wir kümmern uns jetzt erstmal um das stück hier oben dafür das wird eine gute aussicht ergeben könnte mir halt vorstellen dass die baumkronen halt sehr stark im weg sind aber selbst wenn wir können mal kurz reinspringen also geht sogar noch ein bisschen was vom gehege sehen aber es ist auch egal weil man kann sonst einfach hier die landschaft genießen mit diesen wunderschönen bergen wir bauen jetzt aber erst mal hier vorne so ein zaun vor immer bis hier einmal ungefähr bis hier wunderbar so sieht das ganze jetzt aus das doch schon mal super müssen wir mal kurz hier über glätten und schauen dass dann von weg in ordnung ist ich da mal gespannt darf halt auf jeden fall nicht zu steil sein und auch die kurve muss mir gefallen von der form muss nachher auch von oben auch gut aussehen weil da werde ich auch großen wert darauf legen dass man den park super von oben sehen kann dass der auch cool aussieht das ist nice dann haben wir hier nochmal den platz schön genutzt und auch die wege sehen cool aus von den farb akzenten jetzt mal wieder wald hin machen vielleicht dann später auch noch alles ein bisschen sauberer machen wir schauen jetzt erstmal dass wir die grobe planung hier hinbekommen dieses wald tool ist ja sowieso horrible von dem spiel das muss man leider sagen okay dann haben wir jetzt da den turm stehen als nächstes habe ich schon das nächste gehege geplant und ich glaube das wird so in diese richtung gehen aber das ist ganz cool könnten wir den weg noch mal abgehen lassen vielleicht auch erhöht und dann könnte man von hier schon reinschauen ins gehege hier werde ich glaube ich den wald dicht lassen dass man da nur von dieser seite gucken kann und vielleicht später von dieser seite reicht mir nämlich eigentlich aus und dann legen wir mal los machen wir mal wieder hier eine schöne schneise in den wald ich können wir erst mal alles an wald entfernen dann haben wir nämlich besseren überblick wenn sogar die ganze karte freiräumen mit wald dann könnte ich wahrscheinlich besser planen weil sie das alles nicht mehr so cool aus ich lasse ich das lieber das wohnen kann ich denn hier hier hinten machen wir mal kurz hier so eine kleine schneise rein einfach nur damit ich besser planen kann okay das ist ganz schön viel platz mit dem weg würde ich dann irgendwo denke mal hier irgendwo abgehen ich weiß auch gar nicht wie wir den von der form her machen eigentlich müsste der wieder so ein bisschen geschwungen sein wo hier schon der rand das ist eigentlich ganz gut dass wir am rand sind das könnte echt funktionieren wie sieht denn das aus sieht nicht so schlecht aus die runde von dem weg gefällt mir noch nicht ganz perfekt wo ansonsten das kriegen wir auch noch es könnte klappen dass wir hier sogar noch eine ranger station unterbringen der industriegebäude die müssen die besucher ja nicht unbedingt vor den augen immer haben ich könnte ihnen auch noch schön mit einem zaun oder so ab grenzen wäre aber cool wenn wir die dahin bauen dann hätte man hier auch noch mal was im wald stehen und wir würden den platz ein bisschen nutzen weil die ranger station die werden wir auf jeden fall brauchen und hier dann noch mal so ein stück wald vor das nicht schlecht aber ich werde hier die rundung noch mal ein bisschen weiter vorne ausholen lassen so ein bisschen mehr geschweift machen also sie zumindest bisschen mehr abgerundet und da glaube ich bleiben der weg und so kreuzung werde ich das aber denke ich mal so handhaben das finde ich nicht schlecht hätte schon was geht aber das ist völlig online jetzt ist hier der weg kaputt gegangen ja leute ihr habt gerade gesehen falls ihr mal selber was baut ein park denkt immer daran zwischen zu speichern weil es halt kein rückgängig gibt ich musste das jetzt hier noch mal neu machen das ist halt immer ein bisschen frustrierend aber es gibt schlimmeres davon lassen wir uns natürlich hier nicht die laune vermiesen da nehme ich momentan so viel bock da drauf wenn ihr auch bei planet so wieder fleißig anbauen allerdings dauert da alles gefühlt noch hundertmal länger fehlt dann immer irgendwie so ein bisschen die zeit so das ist echt schade erstmal über glätten müssen gleich mal gucken wie wir das hier mit dem übergang machen weil ich habe eigentlich hier oben ja diese aussichts plattform geplant könnte ganz schön schwierig werden höhenunterschiede und thoracic world evolution das ist ja immer eine sache könnte eigentlich schon ausreichen wir das mal kurz hier aus würde dann die aussichts plattform die besucher werden nicht schlecht ne wahrscheinlich sogar schon sehr groß weil meistens baut man alles viel viel größer die besucher dann irgendwie immer voll winzig aussehen jetzt noch mal so ein paar holz akzente das wäre ganz cool und machst du mir jetzt hier den weg kaputt seht ihr das na endlich geht doch perfekt jetzt darf er nun nicht hier noch faxen machen wenn ich das ganze ausfülle aber das sollten wir eigentlich hinbekommen dann haben wir auch hier wieder eine schöne plattform wo die leute wahrscheinlich eh nicht drauf gehen werden aber die hoffnung ist da ich dachte gerade sehr schief aber das sieht nur so aus wegen den bühnen unterschieden ist noch mal ganz kurz mit dem netten tool rüber so wunderschön haben wir ja auch wieder so ein paar holz akzente drin und da soll wie gesagt die aussichtsplattform hin weil hier dann das gehege ist hoffentlich schön mit dem berg im hintergrund das wäre super da könnte man nämlich jetzt auch noch mal einen sound vormachen einmal hier quer davor okay als nächstes würde ich dann mal gucken wie wir das hier mit der ranger station machen wir da einen vernünftigen weg erstellen der möglichst uneinsichtig für die besucher ist also der traum also mitarbeitergebäude und industrie sachen sind wirklich nie schön ein großer fan von die besucher das immer unter die nase gerieben kriegen quasi immer nicht so nice mit dem überglätten das sollten wir jetzt easy hinbekommen die plattform jetzt relativ spät gemacht ich dachte eigentlich erst dass ich die eher hier so in diese richtung mache aber ich glaube das wäre dann auch nicht so interessant weil dann würde man nicht so cool diesen berg dann noch sehen und dann da den see rechts ob das ist ziemlich nice okay dann schauen wir doch mal besten wäre es wenn das irgendwo hier hinten rauskommt denn hier so das ganze connected das wäre ideal an der stelle natürlich jetzt den weg nur elegant dahin bekommen vielleicht hier noch so das stück schöner ran das so aussieht als wenn das da damit die direkt losfahren können abfahrt bereit okay doch schon mal super aus ja wir dürfen den weg gar nicht so schmal machen weil da halt die jeeps und abfahren ich könnten wir das machen noch mal ein zwischenstück rein wie wir das gleich verbreitern können ohne probleme so könnten die dann rausfahren jedoch glaube ich nicht schlecht ja dann können wir sogar hier diese ecke eventuell noch wenig verschönern indem wir die ein bisschen abrunden so ungefähr das sieht doch nicht schlecht aus jetzt müssen wir natürlich wieder viel überglätten und gerade machen und dann davor nur weil dann sehen die besucher davon noch weniger hier den sichtzaun hin machen oder hier direkt vorne das ist glaube ich nicht schlecht okay das gefällt mir wirklich besser wird halt nur sein dass wir dadurch uns den wald und dann besser hier irgendwie im wald enden und hier dann bald vor wenn ich schlecht hier reicht mir das eigentlich auch schon so ein stück vielleicht noch ein ticken länger das ganze so dann passt das eigentlich schon besucher gehen trotzdem dahin das sieht die gar nicht mitarbeiter wiegelt kann man ja sowieso hier nicht machen bei dem spiel sehr schade ist hier fahren die dann raus jetzt noch schön den wald davor ballern sollte das eigentlich nicht gut aussehen was mit dem wald ist alles so arbeit die werde ich später noch ein bisschen perfektionieren das habe ich ja vorhin schon gesagt ist halt immer sehr frickelig ne also das werde ich dann auch wahrscheinlich viel rausschneiden oder vielleicht mal im speed bild oder so machen weil das einfach sehr unschöne arbeit ist zum zuschauen sieht aber schon echt nicht schlecht aus ne ist schon sehr gut versteckt jetzt hier wäre dann die aussichtsplattform da muss natürlich jetzt noch das gehege hin und die neuen bewohner für die gehegefläche mache ich jetzt erstmal den wald hier weg kann mir vorstellen dass das ein relativ großes gehege wird ich mal gespannt hier darf ich das nicht zu sehr weg machen hier soll noch schon dicker wald vorbleiben doch schon cool aus mache das glaube ich so hier das ganze so ein bisschen abrunde dann an dieser stelle den zaun auf so ein zaun wechsel wo man durchschauen kann von der rundung her passt das jetzt nicht ganz müsste man dann echt irgendwie versuchen möglichst nah da wo es ganz unten ist lang zu gehen wie wir es auch dabei der aussichtsplattform gemacht haben vom gleichen der gleichen rundung her sozusagen parallel mit dem zaun da entlang gehen dann hat man nämlich glaube ich die beste sicht dann hier wieder das ganze connecten ja das sieht doch schon nicht schlecht aus ist auch gar nicht so verkehrt dass es dann hier wieder so ein bisschen höher geht wobei man hätte hier das stück sogar noch austauschen können gegen den zaun kann man da nämlich noch mal sehr mehr sehen weil es würde sonst viel von der sicht nehmen das wollen wir natürlich so gut wie es geht vermeiden wird wahrscheinlich hier relativ ähnlich sein an der stelle da können wir glaube ich auch noch einen ticken weitergehen mit dem nicht zaun man da auch noch mal schön rechts rüber gucken kann und dann ab dieser stelle jetzt dann weiter mit dem undurchsichtigen zaun so das wollte ich sagen der schlängelt sich dann hier oben ein ganzes stück weiter soll nämlich kein kleines gehige werden dann so hier rum und dann hier an den rand das ist cool dann haben wir echt ein großes gehege erschaffen und dann können wir auch noch mal von der anderen seite eine beobachtungsplattform machen das sieht doch schon nicht schlecht aus von der form jetzt her und dann können wir das ganze schon gestalten natürlich muss ein tor hinein das tor werde ich vermutlich aber hinten irgendwo am besten dann benutzen können dass man da irgendwie rein fährt eine schöne einfahrt baut oder sowas dann bauen wir als nächstes ein gewässer das gewässer was da vorher drin war hat mir von der form schon sehr gut gefallen ich versuche das ähnlich zu machen es darf auch nicht zu klein wir haben ja echt viel platz warum nicht das sieht ja schon sehr interessant aus da muss man natürlich aufpassen dass man hier auf der gleichen höhe bleibt hier ist dann auch noch mal so ein kleines tümpel loch das wird jetzt verschwinden wenn ich hier überglätte das brauchen wir auch nicht ein bisschen kantig und eckig kann das ruhig sein denn wasser wird gleich eh noch verschwinden sieht aber schon sehr gut aus futterspender sind auch super wichtig ich werde hier ja ich werde hier einen mittleren pflanzenfresser rein machen fleischfresser werden auch noch kommen keine sorge weiß gar nicht ob es da gute gibt und säbel zahntiger oder so wäre cool oder halt ein jute hier an das habe ich auch schon in den kommentaren gelesen weiß aber nicht ob es dafür eine mod gibt ich glaube nicht aber ich werde das nur so machen dass wir einen futterspender haben jetzt können wir ganz viel mit bäumen noch anpinseln und noch überlegen hier mal ein paar schöne redwood trees noch zusätzlich rein zu packen oder auch in die kommentare geschrieben dass die sehr sehr gut in diese niederlandschaft passen würden ich mag aber diese normalen eingeschneiten bäume auch super gerne ja mal kurz schauen wie das aussieht aber das ist nicht schlecht wenn wir hier noch den ein oder anderen davon platzieren kann man ja auch so ein bisschen kombinieren das geht ja völlig klar sehen aber auch gut aus bei der mod sieht alles gut aus wunderschön ganzen schönen schneelandschaften richtig toll i love it versuche die natürlich wieder so zu platzieren dass sie hier nicht gerade irgendwie die sicht oder sowas blockieren ihr seht schon ja so ist es perfekt es ist wirklich super nice mache auch nicht zu viele wir werden denke ich mal nochmal einen richtig großen redwood wald hier machen in dem ganzen äh park ne world park nennt man das trotzdem park obwohl es ne jurassic world ist keine ahnung weiß ich nicht ok so reicht mir das glaube ich schon ich werde dann hier nachher noch ein bisschen bäume und so normale machen aber jetzt können wir erstmal noch ein paar felsen platzieren die dürfen natürlich auch nicht fehlen sind super wichtig gerade auch in richtung von diesem großen fels finde ich es immer wichtig dass man da zumindest die gegend noch so ein bisschen so gestaltet als wenn das da hinten felsig ist dieser fels hier ist natürlich immer super praktisch einer meiner lieblings felsen aber trotzdem ist variation wichtig und ich nicht nur den verwenden auch wenn ich den super nice finde müssen wir halt immer ein bisschen variieren mal da ein fels hin da ein fels hin sieht schon echt super aus jetzt natürlich nochmal wichtig hier das ganze mit dem landschaftstool schön anzupinseln dass dann später auch alles passt vom terrain dass wir da auch ein bisschen variation drin haben da könnt ihr auch ruhig immer ein bisschen mehr pinseln gerade bei solchen sachen weil die werden später noch ein bisschen verschwinden wenn man dann diese büsche und so platziert könnt ihr auf jeden fall immer mit einberechnen hier im wasser finde ich sogar ganz cool wenn es ein bisschen grüner ist deswegen lasse ich das hier glaube ich zumindest so grün wie es geht es ist tatsächlich ein bisschen random das ist schon sehr weiß das gehege das kann ich aber auch nicht grüner hinbekommen glaube ich wüsste zumindest nicht wie weil ich habe ja gerade schon mit dem gras zu gepinselt ist ja nicht wirklich was passiert durch die büsche hier wird es natürlich dann nochmal um einige schicker hier oben bin ich mal gespannt was dann aussieht aber hier darf ich ja auch keine Bäume oder sowas mehr vormachen deswegen müssen wir das hier super machen mit Büschen jetzt auch nicht zu felsig haben aber so sieht es schon gut aus wir sind bewachsen wundervoll hier vorne können wir dann mehr Bäume machen ohne Probleme natürlich nur so dass sie nichts verdecken das ist perfekt eine Baumsturm endet genau an dem hauen hier im Wasser auch nochmal ein paar Pflanzen rein das sieht mal ganz schön aus und dann pinseln wir hier nochmal eben ein bisschen an ich werde eher hier so in diese Richtung noch ein bisschen felsiger das ganze gestalten unter den Felsen an sich hier würde ich gerne eher sowas wie einen Weg haben aber das sieht ich glaube damit fahre ich schon ganz gut mit dem Untergrund noch ein bisschen noch ein bisschen Variation hier rein kriegen das ganze durcheinander mixen und dann das Gehege eigentlich schon soweit fertig das sieht doch schon ganz ordentlich aus und der Wald drum herum steht jetzt noch nicht perfekt aber das Gehege an sich gefällt mir schon sehr gut und das sind die Bewohner für das Gehege was wir gerade gebaut haben sind jetzt doch ein wenig größer geworden ich hatte eigentlich erst was anderes geplant aber ich habe mir das Gehege gerade nochmal angeguckt und das ist wirklich sehr groß und also perfekt für Mammuts die dürfen ja sowieso hier in unserem in unserer Arctic Jurassic World nicht fehlen wie gut die in diese Landschaft passen Hammer guckt euch das an das ist nicht ein Traum Mammuts in unserer Schneelandschaft mega cool ich feiere das gerade richtig die werden bestimmt richtig gut in das Gehege passen im Stück werden es an der Zahl sein und die brauchen natürlich wieder ganz ganz tolle Namensvorschläge von euch die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und nach und nach kommen jetzt unsere Mammuts hier in unserem Gehege an und ich muss wirklich sagen die passen wunder wunderbar in dieses Gehege mal schaut euch die an das ist nicht toll also ich feiere das gerade richtig und man kann die wirklich mega gut beobachten von hier oben also ich glaube da haben wir echt gute Arbeit geleistet so sieht das Ganze jetzt aus von oben habe nochmal ein bisschen auch rumgespielt ein bisschen was geändert habe zum Beispiel hier noch ein paar mehr von diesen Redwood Trees reingemacht und dafür weniger von den anderen Bäumen im Hintergrund habe ich auch so ein paar Redwood Trees noch mit reingefügt in den Wald sieht glaube ich jetzt sehr sehr stimmig aus und gefällt mir sehr gut und da landen die letzten zwei ich finde das richtig toll also ich bin gerade richtig glücklich ich glaube wir haben wieder richtig gute Arbeit heute geleistet und es hat wieder mega viel Spaß gemacht ich würde sagen Leute mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich von euch das war die zweite Folge von der Arctic Jurassic World falls euch das Projekt gefällt lasst es mich mit ein Däumchen wissen ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag macht's gut, haut rein, euer Dandy bis zum nächsten Mal